95% aller Frauen leiden an einer milden Form des PMS. Und wenn man jetzt mal 95% aller Frauen fragt, was ist denn eigentlich PMS? Kommt, ich weiß nicht, ob zu 95%, aber in einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die Antwort, weiß nicht. Prämenstruelles Syndrom. Das ist tatsächlich etwas, was oft belächelt wird, von vielen Frauen belächelt wird, von vielen Männern belächelt wird. Immer so als Joke vor der Periode mit auf den Weg gegeben wird, wenn die Frau ein bisschen garstig ist, wenn man sagt, du hast ja PMS. Aber es ist tatsächlich für 3-5% der Frauen eine schwerwiegende Erkrankung, die nicht nur das Privatleben einschränkt, sondern auch das berufliche Leben stark einschränken kann. Fangen wir aber mal von vorne bei der Begrifflichkeit an. Prämenstruell bedeutet vor der Periode auftretend. Und das ist auch charakteristisch für das PMS und auch in Abgrenzung zu anderen Erkrankungen. Es tritt in der Lutealphase auf. Lutealphase, warte mal, da hat doch der Konstantin mal ein Video zum Zyklus der Frau gemacht. ... passiert ist zum Gelbkörper und dadurch auch der Name Gelbkörperhormon. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, dieser Gelbkörper, der das Hormon produziert, ist dafür... Lutealphase ist also im Grunde nichts anderes als ab dem Zeitpunkt Eisprung und dann bis zur Menstruation. Das ist die Lutealphase und da tritt das PMS ausschließlich auf. In der Follikelphase, also in der Phase, wenn die Follikel ranreifen mit den Eizellen drin, ist diese Symptomatik nicht vorhanden. Und das grenzt das PMS so ein bisschen auch von anderen chronischen Erkrankungen aus. Wenn ihr also euren Ärztin, eurem Arzt erzählt, ich habe das immer nur zum Zeitpunkt ungefähr meines Eisprungs, also mitzyklisch... ... und bei der Periode hört es auf einmal auf, dann spricht das sehr für ein PMS. Das Prämenstruelle Syndrom ist immer ein Komplex aus einer psychischen Komponente und einer physischen Komponente. Sprich, du merkst es im Kopf, geistig, Einstellungssache und aber auch körperlich. Und das PMS gibt es natürlich nicht seit gestern, sondern es gibt es schon ewig lange. Und viele Forscher haben sich in vielen Studien damit beschäftigt und haben geguckt, woran liegt es, wie können wir es verhindern. Oma hat herausgefunden, wir wissen es nicht so richtig. Wir wissen es tatsächlich immer noch nicht, woran das PMS liegt, wo die Ursache liegt. Am Anfang hat man angenommen, es liegt an den weiblichen Geschlechtshormonen Östradiol, Progesteron. Da gibt es ein Ungleichgewicht und deswegen schlägt sich das natürlich auch auf den Körper und auch auf die Psyche nieder. Dann gibt es jetzt neuere Studien, die haben gesagt, nee, da liegt es anscheinend nicht so wirklich dran. Also Serotonin, andere Hormonkomplexe, die haben auf neuroregulatorischer Basis vielleicht doch Einfluss auf den Körper und auf die Psyche. Wir wissen es nicht. Die einen Frauen haben es sehr ausgeprägt, die anderen nicht und wir sind weiter am Forschen. So und wir haben anfangs gesagt, 95% aller Frauen fühlen sich vor ihrer Blutung ein bisschen beeinträchtigt. Fühlen sich garstig, fühlen sich gereizt, fühlen sich schlapp, lustlos etc. pp. Und wenn jetzt 95% dieser Frauen vor dem Frauenarzt sitzt und das erzählt, wie kann dieser Frauenarzt dann rauskriegen? Ist das jetzt wirklich ein manifestes PMS oder ist das halt diese milde Form, die halt viele Frauen haben? Das ist sehr schwierig. Es gibt aber eine schöne Möglichkeit, um das so ein bisschen rauszukristallisieren und das ist tatsächlich ein Patiententagebuch über die Menstruationsbeschwerden. Es gibt heutzutage online relativ schöne Tagebücher über Menstruationsbeschwerden. Ich kann euch hier mal ein Beispiel einblenden, wo einfach viele, viele Symptome und Symptome aufgelistet sind und ihr müsst eine Bewertung abgeben. Habe ich ganz schlimm, habe ich nicht so oder habe ich gar nicht? Und das muss man über zwei bis drei Monate führen, dass man so eine Tendenz hat. Und dann kann man das zusammen mit eurer Ärztin, eurem Arzt auswerten und gucken, in welcher Phase ist das vor allen Dingen im Zyklus und was für Beschwerden sind da. Und dann kann man so langsam in die Diagnostik einsteigen und sagen, okay, das spricht jetzt sehr viel für ein PMS oder nee, das spricht eher für eine andere Erkrankung, der wir anders auf den Grund gehen müssen. Wichtig ist hier vor allen Dingen, dass man das Tagebuch live führt, quasi im Moment, wo man im Zyklus ist. Denn rückblickend hat man gesehen in Studien, da unter oder überschätzt man die Symptomatik. Da sagt man, oh ja, das war ganz, ganz schlimm da vor zwei, drei Monaten, das war ganz furchtbar und kaschiert selber vielleicht Dinge oder mildert andere Dinge ab oder verstärkt andere Symptome, die vielleicht gar nicht so schlimm waren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dieses Tagebuch relativ live am Tag des Geschehens quasi zu führen. Ist natürlich eine frustrierende Diagnosestellung, genauso wie zum Beispiel Endometriose oder das PCO-Syndrom, weil es sind Ausschlussdiagnosen. Das heißt, man geht erstmal eine ganze Palette durch, was es sein könnte, diese Dinge schließt man alle aus, kann, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht und übrig bleibt dann zum Beispiel PMS, also Prämenstruelles Syndrom. Ist frustrierend für die Ärztinnen und Ärzte, ist vor allen Dingen aber auch frustrierend für die Patienten, weil fühlen sich nicht geholfen, fühlen sich nicht unterstützt, fühlen sich vielleicht auch nicht wahrgenommen oder der Problematik nicht wahrgenommen. Wenn ich ankomme als Frau und sage, oh ja, ich fühle mich vor der Periode immer ganz schlecht und reizbar, sagt man vielleicht, ja gut, ist normal, kann auch normal sein, aber kann eben auch nicht normal sein. Und deswegen gehört da eine gute und offene Kommunikation von Ärzten, Arzt zu Patienten dazu. Man muss einfach sagen können, okay, dauert jetzt zwei, drei Monate, wir schließen andere Dinge aus und dann nähern wir uns der richtigen Diagnose. Wie sehen die Therapieoptionen aus? In Ermangelung eines pathophysiologischen Bildes, sprich wir wissen nicht, woran es liegt, kann man da auch schlechten Hebel ansetzen, oder? Wenn ich nicht weiß, woran was liegt, kann ich da auch wirklich schwer den Fuß in die Tür kriegen. Also sagt man bei der milden Form, also bei den 95 Prozent aller Frauen, okay, wir probieren es jetzt mal mit einem Lifestyle Change. Wir gucken mal, ob wir mit mehr Sport zurechtkommen, frische Luft, Spaziergänge mit einer anderen Ernährung, mit einer natriumarmen Ernährung. Verzicht auf Koffein, Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Nikotin sowieso. Da gibt es auch eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln, die man mal vorgeschlagen hat, ob es jetzt Magnesium ist, Mönchspfeffer etc., wo man aber noch keine Evidenz hat. Das ist noch nicht evidenzbasiert, sondern kann man mal probieren, schadet nicht. Und das ist eben auch so das Gredo. Stressreduktion ist etwas, was auch nie schaden kann. Selbst wenn das PMS vielleicht auch andere Ursachen hat, wird dieser Lifestyle Change nicht schaden. Man kann das über sechs Monate mal probieren, bis hin zu einem Jahr und merkt dann, okay, ich fühle mich besser, mir geht es besser oder es tut sich gar nichts. Und da muss man nochmal neu ansetzen. Und wie sieht die Therapie bei den wirklich heftigen Fällen aus, wo die Frauen extrem unter diesem PMS leiden, geistig wie körperlich? Da hat man viele Dinge auch ausgeschlossen. Zum Beispiel war mir am Anfang, habe ich ja erzählt, bei diesen Studienlagen auf dem Trip, ja, die periferen Östrogen- und Progesteronwerte, die spielen eine Rolle. Und da hat man natürlich mit der Pille gearbeitet, versucht, da was zu unterdrücken, hat alles nicht so gut funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, das funktioniert nicht hundertprozentig gut. Wir probieren es jetzt mal mit einer milden Form eines Antidepressivums, ein sogenannter Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Da hat man gesehen, funktioniert. Funktioniert ganz gut, kann man sogar nur in der Lutealphase nehmen und dann in der Follikelphase etc. wieder weglassen, das scheint ein probates Mittel zu sein, um diese heftige Form besser in den Griff zu bekommen. Was man definitiv gesehen hat, wie man dieses PMS komplett wegbekommt, sieht man bei älteren Frauen, die in die Wechseljahre kommen, haben keinen PMS mehr. Es scheint also schon etwas mit Hormonen zu tun zu haben. Aber die Krux ist ja, jetzt eine junge Frau, sagen wir mal 35, mit einer ausgeprägten Form eines PMS künstlich, medikamentös in die Wechseljahre zu katapultieren, ist auch nicht die Lösung, jedenfalls nicht die letzte Lösung. Die Frau hat vielleicht noch Kinderwunsch, die Frau hat vielleicht überhaupt keine Lust auf eine Wechseljahresbeschwerde oder Symptomatik mit all den Umfängen, die es da so gibt. Also das ist natürlich etwas Definitives. Gibt es auch medikamentös Optionen, macht man zum Beispiel auch bei jungen Frauen mit Brustkrebs, wo man die hormonelle Zufuhr einfach abschalten will. Das geht, das gibt es, aber ist ein sehr drastisches Mittel. Und da sollte man doch lieber versuchen, mit diesem Serotonin wieder auf einem Hämmer zu arbeiten und zu gucken, ob dieser Life-Change ein bisschen Besserung bringt. Fassen wir also nochmal zusammen. PMS, Prämienzwelle-Syndrom, ist nicht zu belächeln. Fast jede Frau, und 95 Prozent ist fast jede Frau, hat damit in irgendeiner Form zu kämpfen. Fast jede Frau merkt, bevor sie ihre Blutung bekommt, ist sie ein bisschen strange drauf. Merkt sie ja selber, tut ihr ja vielleicht auch selber leid, aber sie kann nichts dafür. Es gibt eine Nachricht bekommen von euch. Dankeschön. Was siehst du? Oh, da kann ich gleich ein bisschen Werbung einschieben. Hier oben kommt jetzt ein Hinweis zu meinem Online-Geburtsverwaltungskurs. Hier schreibt mir gerade jemand, dass er extrem geholfen hätte. Das wünsche ich euch auch, dass er euch hilft. Wir sind jetzt aber bei einem anderen Thema. PMS, nicht zu vergessen, nicht klein zu reden, ist da, gibt es in schwerwiegenden Formen. Wir sehen uns in den nächsten Minuten. Viel Spaß. Tschau. Tschüss. Tschüss.